Dankeschön fürs Kommen. Sind noch nicht alle da? Joey. Joey. Wir haben ein Mitglied verloren. Möchte ihm einer ersetzen? Den Joey ersetzen. Das ist nicht so schwierig. Ein paar Marathons machen und so. Joey. Joey, wir haben ein Show. Es ist Showtime. Showtime, Joey. Joey. Okay. Ich glaube, Joey hat gerade eine Massage gehabt. Nee, wirklich. Die läuft ein bisschen langsam. Also erstmal Dankeschön, dass ihr alle gekommen seid. Wir freuen uns, hier zu sein. Herzlichen Dank. Wie Patricia sagte, frohes Fest. Und wir möchten euch auch frohes Fest von den anderen Mitgliedern der Family bestellen oder sagen, wünschen. Wir sind leider auch nicht da, gerade weil es ein Fest ist. Und für uns ist diese Geschichte sehr spontan gewesen. Und wie ihr wisst, ist das sehr komplex geworden bei uns. Wir haben alle jetzt, jeder seine eigene kleine Familie. Und das ist mit der Logistik schwierig, immer nur für ein Konzert alle zusammen zu kommen. Und, äh... Aber die Besten sind da. Trotzdem, genau. Das muss gerade Angelo sagen, ne? Ich brauche das nicht sagen. Man sieht's ja, ne? Nein, aber wirklich, ich freue es fest. Und es tut uns leid, dass die anderen alle nicht dabei sein können. Aber wir sind auch jetzt gerade bei den Families. Ingo, grüß dich. Das ist übrigens Ingo. Der ist dabei heute. Ingo, wir freuen uns, dass du dabei bist. Das ist unser Bodyguard, der uns mittlerweile verlassen hat. Weil wir so schwierig sind. Aber lieber Volk. Okay, jetzt sag ich nichts mehr. Weil hier filmen viele Leute und dann wird das in die Presse kommen, ne, Ingo? Aber, okay.